Der Akku hält doch so, wie ihr es hält. Der Akku muss ja weiterreißen. Ja. Ja, also was ist hier? Wenn du dich fixierst, dann kommst du dein Auto. Ja. Naja, doch, aber runter. Nein, 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 nein. Du kannst Nu und ihn mal genauer. – Das ist ganz schön. – Weil du die Sonnenstrahlungst rummestellt und erhaltet. – Es ist ein bisschen zu machen. Das ist nicht so einfach wie die Ecke. sondern nicht mehr so einfach. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.